Hi Freunde, herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Wieder-Einschalten zum zweiten Teil der Teams2Play. Der Matthias ist heute auch wieder am Start. Hi Matthias. Du kannst deine Nummer starten, weil du musst mir deine Bildschirmnummer freigeben. Den mache ich in der Aufnahme. Wir bleiben drauf. Ja, wir haben uns einen schönen Club ausgesucht, während ich hier den Bildschirm freigebe, nämlich Deportivo La Coruña. Die kennen wir noch gut aus der Zeit. Seit Anfang der 2000er Jahre ist eine sehr interessante Aufgabe im FM. Warum sieht man eigentlich relativ deutlich an dieser Kurve? Genau. Vom Meistertitel 2000 mit Spielern wie Räumakai oder Valeron ging es runter in die zweite Liga und jetzt auch in die dritte Liga. Ja, sensationell. Also ein neuer Tiefpunkt, der erreicht wurde. Und deswegen halt eine super Aufgabe, ein super Team zu play für den FM 2021. Wir sehen, die haben sich hier eigentlich wirklich gut oben gehalten. Dann kam dieser krasse Sprung. Man sieht Platz 8. Das könnte dann so das erste Mal gewesen sein, wo sie sich nicht mehr international qualifiziert haben. Und ja, hier waren sie einen Fahrstuhl, eine Fahrstuhlmannschaft mit Auf- und Wiederabstiegen. Ja, und das ist natürlich schon heftig. Also vor zwei Jahren noch erste Liga. Was sagt man dazu? Das ist absolut, absolut krass. Gab es ja auch in der Saison jetzt, als sie abgestiegen sind in die dritte Liga, so ein bisschen Tumulte wegen den Nachholspielen, wegen Corona und so weiter. Weil das sich so ewig gezogen hat in Spanien in dieser Liga. Und La Coruña ist aber dann trotzdem abgestiegen. Also ich glaube, die haben auch dagegen geklagt, aber das wurde dann zurückgewiesen. Du hast ja gemeint, eigentlich mit diesem Kader, um jetzt einmal den Übergang zur Zukunft wiederzubringen, muss man eigentlich aufsteigen, oder? Ja, die sind Top-Favorite in dieser Liga. Ja, wir sehen, es sind auch noch immer bekannte Namen, und das für einen Drittligisten in Spanien. Diego Rolan ist eigentlich der Star der Mannschaft, kann man sagen, aus Uruguay. 27 Jahre vor allem, der ist noch immer in einem super Alter eigentlich. Genau, den kennt man vielleicht von Bordeaux, Frankreich. Genau, da sehen wir 2012 bis 2018, 121 Einsätze. Schwierig wird es, glaube ich, echt, den zu halten. Man sieht, welche Klubs da interessiert sind, und natürlich, ich meine, das Geld ist sicherlich auch nicht schlecht, das zu kriegen, aber den zu ersetzen, gleichwertig in einer dritten Liga, ist, glaube ich, nicht möglich. Ja, da musst du halt bis zur Winterpause eigentlich aufgestiegen sein. Ja, genau. Genau. Vor allem ist der auch schön vielseitig, da kann man super Stürmer spielen vorne. Hat schon was. Dann haben sie hier noch einen Nigerianer im zentralen Mittelfeld, der absolut top ist. Der mir eigentlich auch ganz gut gefällt. Wir gehen jetzt vor allem mal auf die Stars ein, der Mannschaft. Da sieht man schon, für die dritte Liga ist das Niveau relativ hoch. Da haben wir den Keiko, den kennen wir noch aus dem Malaga-Let's Play vom letzten Jahr. Ja, der war, ich glaube, ich habe den im ersten Jahr verkauft dann im Endeffekt. Da sehen wir auch, dass der für Drittliga-Verhältnisse richtig gut ist. Wen kennt man noch? Kennt man noch wen? Also ich kenne noch den Cezo Borges eben, den Costa Ricaner, der im zentralen Mittelfeld spielt. Der ist zwar schon 32, aber den kenne ich noch aus der Nationalmannschaft und Weltmeisterschaften. Viel Erfahrung. Viel Erfahrung. Und wie gesagt, egal wie der Kader ausschaut, eigentlich musst du aufsteigen. Also mit diesem Kader hier musst du aufsteigen. Absolut. Also da brauchst du, glaube ich, nicht viel diskutieren. Die Frage ist halt einfach, wie du es anstellst, ob du da gleich mal versuchst, junge Talente einzubauen. Wir können auch mal schauen, was da so in der ersten Mannschaft schlummert. Da sehen wir zum Beispiel einen sehr, sehr guten Rechtsverteidiger, Sadik, der schon 2016 bei Koronia ist. Genau, das wird eben auch die Aufgabe sein, dass man eben den Wiederaufstieg schafft, aber dann auch den Umbruch quasi. Weil man hat hier viele Spieler auch dabei, die so 27 aufwärts sind. Genau. Also so knapp die Hälfte vom Kader, glaube ich, ist 27 aufwärts, wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe. Ja, schauen wir gleich nochmal. Das heißt natürlich, dass du eben, ja, man sieht es hier relativ deutlich. Also hier, ganz junge Talente hat man nicht dabei, die jüngsten sind 20, also keine unter 20. Wir sehen dann, ja, bis Mitte 20, ich zähle eigentlich die 24-Jährigen, für mich sind die auch Mitte 20 schon, bis hier. Und dann hast du schon die 30 und darüber. Also, wie du sagst. Genau, das heißt eben, Aufstieg und Umbruch. Und das Ganze musst du zweimal schaffen. Genau, und das Ganze dann eben zweimal. Denn das Ziel sollte ja eigentlich schon wieder sein, La Koronia zurück in die erste spanische Liga. Genau, muss nicht unbedingt der Durchmarsch sein, glaube ich. Aber in zwei, drei Jahren sollte man schon wieder, oder drei Jahre sollte man dann schon wieder oben sein, wahrscheinlich. Wäre auf jeden Fall der ideale Verlauf. Genau. Die Geschichte ist ja auch vor allem da, wenn du jetzt die derzeitigen Stammspieler anschaust. Selbst wenn die vom Alter her, in drei oder vier Jahren können die natürlich vom Alter her auch noch spielen. Aber die sind dann einfach nicht stark genug, glaube ich, auch für die erste Liga. Das heißt, das Problem hast du dann auch noch zusätzlich. Also das ist auf jeden Fall eine interessante Herausforderung an sich. Wir sehen viele Spanier auf jeden Fall, was auch sehr positiv ist. Wen hast du denn da im Tor? Carlos Abad. 25 Jahre, eigentlich ein ganz gutes Torhüteralter. Finde ich persönlich jetzt aber nicht sonderlich aufregend. Solide. Ja, es wäre für die dritte Liga voll okay, aber wäre für mich dann eigentlich eher so ein Backup-Thema. Wir haben hier Lucho Garcia, Ersatzkeeper. Aber auch kein ganz großes Talent, denke ich mal. Nicht möglich. Mit den anderen Talenten. Da haben wir einen Fünflügel, Roche Wallin. Ja. Sieht nicht so schlecht aus, vor allem hat er sehr, sehr viel Potenzial laut dem noch. Ist halt schon 20. Ich weiß, 20 ist, sagt er über 30, ich weiß aber. Na ja, wir können ja vielleicht auch mal auf die Einrichtungen vom Verein schauen, wie die ja ausschauen. Absolut. Also da sehen wir, boah, erstaunlich schlecht. Also das hätte ich mir jetzt auch etwas besser vorgestellt. Ja, ich hätte es mir auch besser erhofft. Aber ja, da muss man auf jeden Fall auch was investieren. Was ich interessant finde, ist die Miete des Stadions ist eine symbolische Zahlung. Das habe ich auch noch nirgends stehen gesehen. Das heißt, das ist quasi nichts. Da wird es auch nicht mehr anders gehen. Ja. Ja, was wirklich sensationell, was du da eigentlich noch aufbauen musst. Das ist wirklich Wahnsinn. Also Jugendtraining 4 von 7. Nachwuchsrekrutierung 4 von 8. Das heißt, da kommt auch nicht viel nach. Wir haben bei Leeds die Vereinsziele angeschaut. Da sehen wir hier aber deutlich weniger. Auch was keine Vereinskultur. Es steht nur auf und abseits des Platzes besser werden. Interessant finde ich, dass man schon aufsteigen soll über die Meisterschaft. Ja. Und die nächsten Saisonziele, Saison Ende 2022, 2023 und so weiter. Da ist dann schon die obere Tabellenhälfte gefragt in der zweiten Liga. Ja, absolut. Aber 2023, 2024 obere Tabellenhälfte. Also das ist jetzt nicht so tragisch. Ja, 2021, 2022 aber auch. Also da muss man drauf hinarbeiten, in der oberen Tabellenhälfte zu landen. Ach so, das meinst du. Ja, ja, klar. Das heißt, gegen Abstiegsspielen in der zweiten Liga ist dann auch nicht drin. Ach, stimmt. Jetzt interessiert es mich aber, Finanzen sanieren. Kontostand 11 Millionen finde ich jetzt an sich mal nicht so schlecht. Für einen Drittligisten relativ viel. Auch ein Transferbudget von 1,8 ist nicht so schlecht. Gehalt halt im Minus. Das heißt, da muss man dann dementsprechend verschieben. Oh, okay. Aber hätte ich mir jetzt sogar schlimmer vorgestellt, muss ich sagen. Oder man verkauft halt einen Diego Roland, der bestimmt ein bisschen was verdient. Ja, der ist 3,7 wert und 22.000 in der Woche, das muss ich noch umstellen. Ja, das heißt natürlich, da ist noch einiges an Potenzial drin. Schauen wir mal kurz, gibt es Partnervereine? Ja. Es gibt natürlich die kleinen Partnerclubs, die vor allem dazu da sind, um dann eben auch Jugendspieler zu kriegen. Aber nichts wirklich Großes, wo man was ausleihen könnte. Also auch das wäre natürlich eine Idee. Vielleicht hat es sich einen Mutterverein zu suchen, die in den nächsten 2, 3, 4 Jahre, um da Spieler leihen zu können. Gibt es im Nachwuchs irgendetwas Interessantes noch? Schauen wir mal, gehen wir mal auf die Leihspieler, da sehen wir quasi nichts. Also wir sehen, José Lara ist geliehen von Sevilla. Und Fede Cartabia ist verliehen, habe ich gesehen. Den kennt man vielleicht. Gutes Talent. Ich kenne den nicht, woher könnte man den kennen? Tja, woher könnte man den kennen? Boah, der war bei vielen Klubs. 25 Einsätze für Valencia sogar. Also ich kenne den aus der spanischen Liga, aber es bringt ihn nicht wirklich mit einem Verein in Verbindung. Ja. Ist aber ein Spieler, der dir natürlich weiterhelfen könnte in der Liga. Absolut. Aber auch in der zweiten Liga. Hat eine Ausstiegsklausel von 6,5 und kann nicht zurückgezogen werden. Aber sie haben auch keine Kaufoption, also der arabische Verein. Genau, also das wäre dann vielleicht so eine Geschichte, dass man Roland dann im nächsten Jahr abgibt und den quasi dann einfach zurückholt. Ist jetzt nicht ganz auf dem Niveau, aber ähnlich. Zumindest technisch ist er super. Kann auf jeden Fall weiterhelfen. Ja, bestimmt. U19 sehen wir. Ja, ein sehr brauchbares auf jeden Fall. Zwei sehr brauchbare. Ich finde, bis darunter finde ich eigentlich alles ganz interessant. Genau, also ihr könnt das zumindest mal probieren. Vor allem ist man ja jetzt in der dritten Liga ja auch auf einem Niveau, wo man sagt, man kann solche Jungs mal reinschmeißen. Ja, aber da wird es durchaus Spiele geben, wo ihr in der 60. 3-0 führt. Mhm. Und da kannst du solche dann vielleicht schon reinbringen. Genau. Oder sie zumindest in der ersten Mannschaft mittrainieren lassen. Das würde ich auf jeden Fall machen. Ja. Und wie gesagt, ihnen dann auch mal Einsätze geben, weil schaden kann es nicht. Na, auf keinen Fall. Schaut in der B-Elf aus. Juan Rodriguez war der da auch schon. Nein. Auch der ist interessant. Also generell, die ersten beiden sind interessant. Oh ja. 18-Jähriger und dann Nico, Außenverteidiger. Ja. Stört mich halt immer ein bisschen, wenn die so langsam sind. Aber. Kann ja noch schneller werden. Ich hoffe. An sich nicht so schlecht. Und da muss man halt auch schauen, dass man da vielleicht ein bisschen aussortiert. Also die 21-Jährigen, die dann nicht mehr so anlich talentiert sind, dass man da ein bisschen Gehalte einspart, wie auch immer. Genau. Das wird in dem Verein natürlich ein Thema sein, weil man jetzt eh schon im Minus ist beim Gehaltsbudget. Genau. Das ist halt vielleicht, so tippen wir mal die zweite Mannschaft aus und spart sich da schon mal ein bisschen was. Ja, weil im Endeffekt, wenn du da jetzt schaust, in der ersten Mannschaft viel Geld sparen, kannst du dir gar nicht. Roland verdient natürlich extrem viel. Aber die anderen sind jetzt nicht so, es ist jetzt nicht so gigantisch. Ja. Was natürlich auch zum Problem werden kann. Wie du sagst, die Herausforderung wird auch sein, dass man einen Virolan halt hält. Genau. Weil man ihn einfach nicht ersetzen kann. Ja. Eigentlich ganz interessant. Wie sieht es mit der Konkurrenz in der Liga aus? Die spielen in Gruppen. Ja, anscheinend spielen die in Gruppen. Ist das immer schon so? Weil ich, ich habe ja Mallorca trainiert. Und ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube nicht, dass wir da in Gruppen gespielt haben. Ich bin mir da nicht sicher. Es könnte mit Corona zusammenhängen. Aber dann hätten sie es, glaube ich, nicht umgesetzt im FM, oder? Ich weiß es nicht. Oder es gab eben eine Reform. Ja, möglich. Vielleicht weiß das einer von euch dann. Bitte ab in die Kommentare. Auf jeden Fall, ja. Man sieht, es sind eigentlich keine, keinerlei Vereine da, die man groß kennen könnte. Außer die B-Mannschaften, oder? Nee, ich sehe jetzt da keinen großen Konkurrenten. Das ist Numancia, CD Numancia. Ja, die waren in der ersten Liga. Aber, ja. Also das ist auf jeden Fall eine sehr geile Aufgabe. Ich bin sowieso seit dem Mallorca Let's Play ein ziemlicher Spanien-Fan, weil ich die Herausforderung ganz cool finde, dass man immer Ausstiegsklauseln in die Verträge schreiben muss. Das bringt irgendwie eine ganz coole Dynamik rein. Zum einen bei den eigenen, zum anderen natürlich auch bei denen, die man verpflichten könnte. Also das ist schon ganz cool so. Was sagst du? Reizt dich auch? Ja, mich reizt Spanien leider nicht so. Echt? Okay. Der Verein an sich, eine interessante Aufgabe. Ich meine, du bist in der dritten Liga, hast ein Stadion mit 32.000 Plätzen. Ja. Das bedeutet eigentlich, du musst wieder höher spielen. Ja. Ich glaube, und... Ich meine, wenn man sich die Vergangenheit anschaut, von Champions League, von Meistertitel 2000, dann ist das doch eine schöne Aufgabe, die wieder in die erste Liga zu führen und zumindest wieder europäisch dann auch zu spielen. Absolut. Und ja, ich glaube, man muss halt einfach dieses erste Jahr durchtauchen, weil die dritte Liga, glaube ich, sehr, sehr unattraktiv ist. Wenn es dann in der zweiten bis danach schon ein paar attraktivere Gegner, dann ist es vielleicht ein bisschen reizvoller. Das erste Jahr ist, glaube ich, einfach ein bisschen mühsam. Da muss man dann durch. Aber ja, schöne, schöne Aufgabe. Schönes Team zu play. Und ja, ich würde sagen, wir haben eigentlich alles, glaube ich, durchbesprochen soweit, um euch mal einen ersten Eindruck zu verschaffen. Oder was meinst du? Auf jeden Fall. Alle La Coruña und auch weitere Teams to play findet ihr auch auf unserer Website. Genau. Der Philipp verlinkt euch die Sache. Da haben wir fünf Teams rausgesucht, die wir dann auch im Video vorstellen. Aber könnt ihr es euch nochmal durchlesen. Genau. Wir werden die euch eh noch vorstellen. Also es wird noch ein paar andere Videos dazu geben. Genauso wie die Anfängerguides und ab 24. dann die Let's Plays. Ja, passt. Dann viel Spaß mit La Coruña. Schickt uns dann die Savegames, wenn ihr es habt. Wäre sehr interessant zu sehen. Und ja, danke fürs Einschalten. Ciao. Ciao.